So, schon mal 17 Storage-Segmente. Weiterhin habe ich nicht mehr 27 gebraucht. So, jetzt brauchen wir drei Storage-Sellen. So, haben wir einen neuen. Wirdstone haben wir hier noch ein bisschen. Ich werde jetzt auch wirklich nicht so lange die Aufnahme machen. Die werden ganz schnell hier... Was steht da oben? Na. Ich werde jetzt schnell die 64k-Quaff. Oh, da hat auch noch was gefehlt. Und dann war es jetzt auch für mich heute mit der Aufnahme. Ich würde mal gucken, dass ich jetzt auch nochmal mit Christian ein bisschen mehr aufnehme. Weil so Komplette gar nichts dabei ist, sollen wir ja auch nicht bleiben. Einfach hier nur die 64k und das war es dann für heute. Also, ihr sollt ja auch nochmal ein bisschen mehr kriegen. Und wir wollen ja auch hier mal gucken, dass wir hier fertig wären mit dem Ausbau. Warte mal. Ich brauche von dem Advanced-Prozess für uns zwei, wenn ihr mir nicht alles täuscht. Ja. Dann mache ich... Oh, Dears. Dann mache ich die Anmelade. Mache ich gleich. So. Dann noch Glas. Na. Und... Wo haben wir ihn? Da. Redstone. Natürlich geht er jetzt nochmal aus. So. Haben wir. Hä? Oh. Ne, Frühstowich machen wir noch nicht. Jetzt aus drei Stowich-Segmenten brauchen wir doch schon die Liga-Segmenten. Mache ich mal schnell zwei Silikonen. Ja, wir lassen dringend mal auf die Automatisierung gehen. So. Silikon. Zwei Diamantos. Scheiße, wir haben nicht mehr so viel, da muss ich mal nachfragen gehen. So. Und wer jetzt mal einen guten Witz hören will, nachdem wir den Miner hier aufgestellt hatten. Quasi eine Aufnahme später. Oder manchmal eine Aufnahme. Quasi... Eine Stunde später hat Crazy ihn schon wieder aufgestellt. Er hat hier nochmal weiter gefarmt. Er hat... Callzone gefarmt. Komm, dann brauche ich jetzt mal hier und den Sonnen passt schon. Dementsprechend haben wir jetzt auch hier unten ziemlich viel Platz zum Ausbauen. So, wo war ich dran? Ah ja. Ich brauche die. Ich brauche... Sag mal, kann ich eigentlich irgendetwas? Ach, ich mach das jetzt erstmal... Ach, ich mach das jetzt erstmal... Oh, ich hör schon wieder an Trivor reden. Nope. Glas kommt da hin. Und... Nein, nicht Lid, sondern... Glowstone. Zwei storage Blöcke. Jetzt fehlen noch... Zwei. Ja. Ähm... Warte, bitte. Das ist mir netherquats. Das kann ich eigentlich auch schon. Äh, nein. Moment. Und... Nö. Ja, dann klicken wir gar jetzt. Na? So... Ja. Ja, tut mir leid, wenn ich auch ein bisschen ruhiger bin. Ich weiß gar nicht so genau, was ich sagen soll. Normalerweise mache ich mir immer so ein paar Themen, worauf ich mal... oder so ein paar Gedanken habe. Aber das wäre jetzt echt eine schnelle Aufnahme, wo ich reingegangen bin. So, das... Na, da. Los, dann muss ich auch nochmal nachfahren. So. Zwei, drei. Das kommt da hin. Und so. Und wir haben den storage Block fertig. Hatt ich irgendwie langsam eine Erinnerung. So, jetzt noch das restliche Material einfügen. Redstone. Und wir haben eine 64k Storage. Die legen wir dann auch schon mal direkt da ein. So. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Platz. So. Bei zweiter sind sie ziemlich gerade mehr als 10. Orang, aber... Oh, 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 oh! Weh, oh, oh! Wo haben wir uns darauf eingelassen?! Ah, kam genug Wein! Ich bin auch bei der Überlegung auf weh... Ob wir vielleicht... Ob wir das ganze Tourneel mal ein bisschen mehr auf... Ausbauen... Ja, komm, mach jetzt mal so. so. Ich bin ja mal gespannt, ob hier, ob ich jetzt schon die Folge draußen davon treue oder wo. Und zwar, in seinem Vanilla-Let's Play waren ja jetzt endlich mal Bakerman und Butze da. Nach langer Zeit angekündigt. Aber bin ich mal gespannt, ob es jetzt draußen ist. So, was wollte ich jetzt eigentlich noch machen? Ich könnte noch mal kurz rauf gehen. Ich weiß nicht, ob wir das schon gezeigt haben. Die Sardination Plant haben wir noch ein bisschen ausgebaut. Das ist aber auch ein Akt, weil wenn man jetzt mal hier drauf schaut, Wasser geht weg wie nichts. Und wir müssen mal gucken, ob man hier irgendwie die Multiplikator nochmal erhöhen kann, weil 0,6 vorhin was? Was haben wir 0,6? Dann rein? Ich weiß nicht. Ja. Was war hier noch drin? Ah ja. Man sieht hier schon schnell, wie schnell der Bein verschwindet. Mann, ihr wirst das ja noch unten vorhaben. Gut. Würde ich sagen, was... Wieso fehlt da ein Block? Behebe ich gleich. Ja. Würde ich sagen, war es doch schon für diese Aufnahme. Wie gesagt, war ein bisschen kürzer. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es auch in die Kommentare. Schaut auch mal beim Trevolo oder beim Bakerman oder beim StreetDigger vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Technic SMP IoT Version. Und bis dahin. Tschüssi.